Es ist Abend und ich bin heute ganz allein zu Haus. Vor mir liegt mein kleines, gutes Tagebuch. Ich schlage die ersten Seiten auf und die Seiten fangen auf einmal zu sprechen. Wasch dir den Mund mit Duden aus, da kommt irgendwie nix Gutes raus. Baba 8 kann zaubern, zieh ne Taube aus dem Hut und die Kacken auf euer Leben. Habt den Reim grad weggelassen, also bitte einmal klatschen. Mach das schließlich nur für dich, der da seit 5 Jahren drauf wartet. Und das mach ich gern, will aber trotzdem was mit Tausch. Rap ist mega einfach, mach ihn dir selbst, wie du ihn brauchst. Willst oder hören magst, ist keine große Kunst. Denn ein Drum-Computer befolgt Befehle noch besser als ein Hut. Und dann klatschst du da paar Silben drauf. Muss sicher nicht mal rein, das Ganze wiederholen. Und du hast dein erstes Album, erpfelst doch selbst vom alten Jutz, das heute leider jeder Trottel rappt. Doch scheinst nicht zu erkennen, dass gerade darin deine Chance steckt. Wird irgendwas von früher, weil dein Leben da noch geil war. Kauf dir Taschentücher, schließ dich ein und guck MacGyver. Ach du magst kein Autotune, hätt ich nicht gedacht. Steh selbst nicht so aufs Saxophon und weißt du was ich mach. Hör mir halt kein Lamm, funktioniert für mich ganz gut. Helf dir noch schnell beim Schuhe binden und dann kannst du ja mal versuchen. Wascht ihr den Mund mit Duden aus, da kommt irgendwie nix Gutes raus. Baba 8 kann zaubern, zieh ne Taube aus dem Hut und die kackt auf euer Leben. Wascht ihr den Mund mit Duden aus, da kommt irgendwie nix Gutes raus. Baba 8 kann zaubern, zieh ne Taube aus dem Hut und die kackt auf euer Leben. Und die kackt auf euer Leben. Es ist Abend und ich bin heute ganz allein zu Haus. Vor mir liegt mein kleines, rotes... Wir machen nur jetzt den Mund vor. Vielen Dank. Vielen Dank.